Ankle Band Work. Bei der Übung schnappt ihr euch ein elastisches Band und wickelt es um euren Fuß, um euren Vorderfuß, wie hier vom Athleten demonstriert. Setzt euch dann hin und sobald ihr es in Position habt, zieht ihr auf der einen Seite, sodass ihr einen Widerstand habt, wenn ihr den Fuß wieder nach innen bringt, in Neutralstellung. Und führt da die vorgegebene Anzahl an Wiederholungen durch und dann zieht ihr an der anderen Seite und bringt dann den Fuß wieder in Neutralstellung. Es ist besonders wichtig, da die Muskeln im Sprunggelenk zu entwickeln und auch da das Bewusstsein zu entwickeln, wann in welcher Position sich euer Sprunggelenk befindet. Schließlich werden wir den Sport ausführen, immer mit unseren Füßen, das ist unser einziger Kontakt. Und darüber beziehen wir eine Menge an Informationen, also unser Gehirn, wie wir uns in Raum und Zeit auch befinden und welche Bewegungsoptionen wir haben. Da ist auch wichtig, dass die Mobilität und vor allem die Kraft in alle möglichen Richtungen erhalten bleibt. Und dann wird das Bild auf der Karte geöffnet. Und dann wird das Bild auf der Karte geöffnet. Und dann wird das Bild auf der Karte geöffnet. Und dann wird das Bild auf der Karte geöffnet. Und dann wird das Bild auf der Karte geöffnet. Und dann wird das Bild auf der Karte geöffnet. Vielen Dank.